Hallo Leute, Herzlich Willkommen auf den Es geht doch direkt los, es geht dann einfach direkt hier aufstehen Und, es geht gar nicht lange überquappelt Direkt los So Genau, es geht direkt los So, es geht los Es geht gleich, so die, die wir auch machen Oh Bum 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 Nein, ich will keine Werbung machen. Hat nicht ganz geklappt. Ist aber nicht schlimm, weil wir können es direkt noch mal probieren. Und das machen wir natürlich auch. Wir gehen hier wieder direkt aufs Ziehen. Ich bin jetzt ein bisschen ähm, Konzenträter und Hoppen. Das sie jetzt nicht wieder verkacken. Ja, was heißt wieder? Also, ich habe in der letzten Folge auch schon diese Runde verkackt. Also, wir sind ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Es wird nicht mehr so einfach wie im ersten Fall. So, es geht. So. Okay, und jetzt müssen wir sich hier ein bisschen drücken. Und jetzt müssen wir mal so kommen. So. 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 weiter also bis ich in die ähm, der eine keine Ahnung ah, das erste Praxium bis 8 easy oder easy bam komm das war auf jeden Fall eine geile Runde ich habe anscheinend ein neues Auto aber erstmal die ganzen Dinge ein oder nicht ja, perfekt war es auch dann ähm wir gehen einfach auch weiter so hä, noch ein Ding, sondern hab ich den sogar ok upgrade bessere Ausgutung ja da ich jetzt alles mal auf so perfekt ziele so dann geht ab in eine nächste Runde let's go ja das ist eigentlich ganz nah jetzt fahre in Position 2 oder besser jetzt muss ich sogar schon zweiter sein uiuiuiuiuiuiui also jetzt muss ich mich auf jeden Fall gut anstrengen und am besten nicht kacken dann noch hin also fahre in Position 2 oder besser ziel ok ich habe ihn gelassen ok ich habe ihn gelassen ich habe ihn 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 erster ok ich bin ok ich habe ihn alles so weiter nein keine wagen aktivieren die bekommen karten karten level dort da springen ich weiß nicht ok da hat er einen Gratis so sollen wir die anderen den Traum auch öffnen? ne, ich denke eher nicht wir machen jetzt aber was anderes ich kann jetzt weiter nicht genau hier ich upgrade verbessern den Motor der ist auch dabei das machen wir jetzt erstmal mit allen so ähm das Spiel ist irgendwie neu wir lösen das alles ein so ein ein warte ich hab ja noch ein tägliches Spiel so so und einkaufen kaufen krass ok ja nice ich weiß so und jetzt kostet der ok so dann so ok perfekt dann machen wir doch nochmal eine neue Runde mit dem mit dem dem hier geht nicht und wieder geht doch eine neue Runde mit dem weiter ok ah jetzt geht es spiel ok das hat gerade irgendwie nicht ganz funktioniert jetzt soll ich wieder in Position 3 oder besser durchs Ziel kommen sollte doch easy machbar sein müsste machbar sein definitiv machbar so ok das ist diese schwarz wo ich mich ah ja ich kenne die schwarz aus also nein geht her das ist 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 Okay. Okay. Oh. Oh. You are? Oh. 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 Und? Nee. Warte. 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 ich bin von dem weg außen und da ist das ding wir haben die erste alle rennenziele abgeschossen genau das war die neue das haben wie wir das machen heute ist sogar ein schott das seht ihr allerdings erst in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein Abo da lasst auch gerne noch einen kommentar da einfach irgendwas in den kommentaren schreiben hab jetzt noch einen traumhaft gesagt haut rein Leute euer Sande Ciao Ciao